Das Auto ist gepackt. Wir sind ja zurück von der Kreuzfahrt. Wunderschöne Woche gewesen. Eher kommen noch diese Woche schöne Fotos und auch Videos. Sobald ich Zeit habe, werde ich das hier auf Facebook stellen. Jetzt ist Sonntag und es geht schon weiter. Heute Abend am 5 Uhr noch ein Gig in Thalwil. Das Auto ist gepackt. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Und das Wichtigste sind natürlich meine Puppen. Ja, genau. Ich, Rudi. Genau. Und sie fahren immer schön exklusiv hinten mit. So Rudi. Schön anbinden. Hinsitzen. So. Perfekt. So. Und auch der Rolf kommt mit. Unser Techniker. Schön hinsitzen. Gut. Heben, gell? So. Gut. Einmal unter dem Arm durch. So. Perfekt. Oh, da hast du den Arm. Fremde Achtung. So ist gut. Also. Fahr gut. Wir machen uns jetzt auf den Weg. On the road. Ja. Abfahren. So. 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 Dann traf ich nural dich eine, So knackig, jung und frisch. Sie ist mir abgehauen, denn bei mir gab es immer nur Fisch. Ich bin der Swingo, Rudi ... Wir sind in Talwil und jetzt haben wir bereits aufgebaut. Wir sind hier im Restaurant Kronenberg. So, Feierabend. Gute Nacht miteinander. Jetzt gehe ich ins Bett.